Und alles zu dunkel? Komm ich da durch oder nicht? Ich weiß es nicht. Kann ich das wegziehen? Muss ich das wegziehen? Ach, da hinten sitzen Leute. Habe ich mich jetzt erschreckt. Okay, weil hier ist Licht. Ich glaube, der wollte nicht, dass ich hier durchgehe. Theoretisch müsste ich doch das hier reinziehen können. Damit die Dunkelheit hier rausgeht, oder? Irgendwann ist hier alles verwüstet worden. Aber ich kann es nicht ziehen. Oder? Ich kann es nicht ziehen. Hm. Elf Rabbids? Achso. Von 12 Monkey oder was? Ähm, wieso komme ich nicht durch? Ähm, was soll ich mit ihm anfangen? Oh Finn, was hast du getan? Oh, hm, hm, hm. Was ist denn? Ich kann es nicht wahr. Okay. Ja, ich gebe zu, das ganze Spiel ist doch irgendwie ziemlich gruselig. Auch wenn ich nicht denke, dass hier irgendetwas passiert, wodurch ich sterbe. Also ich hoffe zumindest nicht. Hier hinten ist mir auch nichts zum Einsammeln, denke ich mal. Guck ich gar nicht weiter, okay. Ist alles so dunkel, da sieht man auch gar nichts. Aber wundern tut mich nicht so. Okay. Okay, da hinten steht auch irgendjemand. Sie sind ehrlich gesagt sehr gruselig. Möchtest du mich töten? Moment. Jetzt kann ich ziehen. Okay. Aber ich glaube, der Typ muss erstmal da weg, oder? Okay. Grandad! Ich kann dich nicht erreichen. Oh, das ist... Du hast da hin, das ist ja... Ja, das war der Plan. Aber es scheint hier irgendetwas falsch gemacht zu haben. Das ist ein Schiap. Ich könnte es vielleicht von dem Baum zu dem Baum verbinden. Ich weiß nicht ob das Licht hier reicht. Das ist das Problem. Ich probiere es mal. Okay, also das ist schon mal verbunden. Das mit dem Licht ist mir auch klar, aber wir haben ja kein Licht. Ich weiß nicht ob man das fotografieren kann, keine Ahnung. Sie sehen tot. Wahrscheinlich nicht. Okay. Die Frage ist, kriege ich das jetzt hier hingezogen? Wahrscheinlich ist das so weit weg. Okay, es ist auch nicht hell genug. Okay. Also die Bäume habe ich schon mal miteinander verbunden. Das ging wunderbar. Auch wenn ich nicht weiß, ob das sinnvoll war. Ich würde es ja gerne hinten ins Licht reinziehen, aber irgendwas funktioniert da ja nicht. Ich glaube, ob ich das da an den Baum irgendwie ran kriege. Ich weiß nicht. Das wäre ja eigentlich Urschulmöglichkeit. Okay, also ich kann das Licht bauen. Kann ich denn irgendwo ein Fenster aufmachen oder so? Aber da kommt ja jetzt kein Licht rein. Ah, okay. Dann ziehen wir doch hier nochmal dran. Ja, sehr gut. Das hat zwar lange gedauert, bis ich da drauf gekommen bin. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wir müssten da hinten das Licht nehmen. Aber als ich dann an den Dingern vorbeigelaufen bin, habe ich mir gedacht so, hm, wir könnten die Fenster aufmachen. Das Problem ist nur, da ist kein Licht. Aber es war doch Licht drin. Hier, Frau. Geh das. Es wird dich zurückgebracht. Du bist nicht allein. Okay. Ja, ist in Ordnung. Ach, mit dem Licht zusammen wahrscheinlich, hm? Nein. Nein, das war so gut. Das hätte besser funktioniert. Oh, danke Gott. Okay. Okay. Okay, hier... I'm sorry. You were supposed to be looking for me. I am. Geh weg von meinem Bruder. Weg. Kusch. Thank you, Rabbit Boy. Und jetzt? Hallo. Ja, jetzt stehe ich hier. Toll. Habe ich denn wenigstens irgendwas, was ich tun kann? Nö. Dann gehen wir nochmal alle Sachen hier ab. Wahrscheinlich soll ich wieder zurückgehen oder so. Keine Ahnung. Mein Rabbit? Ach, kann ich ihm vielleicht das Kaninchen geben oder so? Nö. Also, ich kann theoretisch wieder zurückgehen. Die Frage ist nur, bringt mir das jetzt irgendetwas? Weil hier habe ich ja im Endeffekt schon alles gemacht. Die wollen offensichtlich nicht, dass ich mit dem weiter spreche. Achso. Ach so. Ach man. Immer wenn ich irgendwo anders bin, will ich mit den Pfeiltasten laufen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt gut ist, wenn ich jetzt hier zurückgehe, weil ich muss ihn ja eigentlich mitnehmen. Wir schauen mal, ob draußen ist. Hm, was ist jetzt? Ich soll wieder zurückgehen? Oh, Moment. Oh, Moment. Es wird so kalt. Es wird so kalt. Du hast alles, was jemand kann. Danke für dich, dass sie sich umgekehrt. Okay. Da oben stehen auch welche. Er ist doch mit ihr, glaube ich, immer zusammengekehrt. Jetzt hast du noch einen Hasen. Ich gehe mal von oben runter. Oh, okay. Klang aus jetzt irgendwie sehr passend. Ich habe keine Schlüssel. Ich würde eigentlich sagen, dass sie zusammengehören, oder? Das ist jetzt wegen der Reihenfolge. Ich probiere das nochmal. Ah ja, okay. Das ist wegen der Reihenfolge. Dann haben wir da einen, da einen. Oh Gott, da sind noch so viele. Ach nee, das sind die, die ich schon hatte. Hier hinten hatte ich noch einen gesehen, genau. Da wollte ich erstmal gucken, bzw. hören, was der sagt. Okay. Ja, ob der Alte da jetzt zugehört? Der hat, glaube ich, was anderes gesagt. Wir machen mal den mit der Tüte, was der sagt. Jetzt ist die Frage, da ich jetzt näher bei ihm dran bin, dann gehe ich jetzt erstmal zu ihm. Wenn ich da hinkomme, heißt das. Hallo. Geh doch mal da drüber. Hä? Einfach über die Steine drüber. Das finde ich schwer. Wann muss ich den Verdienenden ansprechen? Ach, da kann ich runter. Ah, okay. So, was sagst du? Okay. Das heißt, das ist, glaube ich, jetzt das letzte, meine ich. Das heißt, das müsste eigentlich mit dem Vater zusammen gehen. Sehr gut. Dann müssen wir die jetzt nochmal anklicken. Also, ich denke immer noch, dass er tot ist, eigentlich, aber warum er jetzt da mit mir das alles durchlebt, weiß ich nicht. Und, ähm, er hätte sehr ertrunken es wahrscheinlich. Aber die lösen sich nicht auf, fällt mir gerade auf. Und, ähm, klicken wir die hier oben nochmal an. Oder auch nicht, wenn ich da nicht hinkomme. Hallo. Und, ähm, wir müssen sie wiederholen. Jetzt ist es, wie lange her weg. Geh, aber sie werden. Wir müssen sie schießen. Dann gehen wir weiter. Und, ähm, wir müssen noch weiter. Wir müssen wir versuchen, weiterzunehmen. Und, ähm, wir müssen uns überlegen. Okay. Finn! Wait! Finn don't! Don't go! Finn! 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 Um... Um...